Der ZDF Fernsehgarten geht auch 2023 wieder auf Tour, dieses Mal nach Hamburg. Bei den Shows ist auch ein echter Weltstar zu Gast. Hamburg, der ZDF Fernsehgarten geht auch in diesem Jahr wieder auf Tour, und es wird nach den bereits ausgestrahlten regulären Sendungen zwei weitere Live-Shows in Hamburg geben. Die Gästeliste für diese Shows ist jetzt durchgesickert und es soll offenbar sogar ein großer Weltstar dabei sein. Fernsehgarten in Hamburg, Schlager-Ikonen und internationale Popstars zu Gast Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber laut der Insider-Webseite Schlagerprofis.de empfängt Moderatorin Andrea, Kiwi, Kiewel, 58, in Hamburg hochkarätige Gäste für das Format, Fernsehgarten on Tour. Dazu gehören nicht nur namhafte Künstler aus dem Bereich des Schlagers, sondern auch eine amerikanische Sängerin, die bereits zahlreiche internationale Preise gewonnen hat. Zu den deutsch-sprachigen Künstlern sollen Musiker und Schauspieler Joachim Witt, 74, das Hip-Hop-Duo Goldmeister und Sänger Joey Kelly, 50, gehören. Außerdem wird Komponist und DJ Alex Christensen, 56, mit dem Berlin Orchestra auftreten, ebenso wie die Band Stereoakt mit der Sängerin Sarah Lahn und Klaus Klaus gemeinsam mit United vierten Promi-Gäste sind außerdem Journalist und Moderator Peter Urban, 75, Schauspielerin Lilli Holunder, 37, und Schauspieler Marc Bartel, 33. Die meiste Aufmerksamkeit wird aber wohl der US-amerikanische Star-Gast auf sich ziehen. Die Sängerin Anastasia, 55. Sie ist für Hits wie, Sick & Tired, Hund, Paid My Dues, bekannt und wird als internationaler Gast beim Fernsehgarten zu sehen sein. Fernsehgarten in Hamburg, beide Shows bereits ausverkauft. Wer sich nach dieser Star-Ankündigung noch ein Ticket sichern möchte, wird aber enttäuscht werden. Auch ohne die Gästeliste waren beide Shows laut schlagerprofis.de ziemlich schnell ausverkauft. Eine der Shows wird am Freitag, den 29. September in Hamburg bei den St. Pauli Landungsbrücken aufgezeichnet und am 8. Oktober ausgestrahlt werden. Die andere Show wird am 1. Oktober live im ZDF übertragen. Derweil kündigte die Partei an, auch bei Fernsehgarten on Tour wieder mitmischen zu wollen. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.